Ich lade Sie alle heute zum Experiment ein. Irgendwie scheint Vielfalt problematisch zu sein. Warum bezieht sich dieser Wunsch nach Vielfalt nur auf mein äußeres Aussehen? Warum fühle ich mich gezwungen manchmal meine innere Vielfalt zu verstecken? Irgendwie ist doch jeder Shampoo innen drin eine Seife. Meine Damen und Herren, wir slammen heute Freinacht dem Motto für Sie Homophonie gegen Homophonie. Werte schaffen, Werte leben. Wie viel ist es wert, alles zu geben? Mit Netzwerken in der Kompanie, unterm Dach von Diversity. Und Alex, ich als Hete, du als Homo sind für Siemens doch die beste Promo. Ja, aber reicht mir Ihnen den kleinen Finger, da wollen Sie gleich die ganze Hand, ha? Jetzt haben wir doch schon das Frauenwahlrecht. Ja, und jetzt wollen Sie alle in die Aufsichtsräte. Und hinter jeder erfolgreichen Frau brauchen wir genau zehn Mann, die Sie zurückholten müssen. Alle, die Interesse haben, kommen zu den Schulungen, bilden darunter ein Netzwerk und können zusammen Aktionstage planen. Das ist unser Ziel. Wie fanden Sie den Slam dieses Mal? Ich bin so total happy, dass wir uns dieses Mal als Telekom dafür entschieden haben, den Slam zu sponsern. Gewonnen hat Women's Broadway mit den Mimi Sissis. Ich bin so voll toll als Leute. Das ist unser Ziel. Wie Three. Ich bin so voll. Ich bin so doll.